Ich hab schon aufgedrückt. Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video von GTA 5 Online mit Lauer und YouTube Gamescom. Sag mal Hallo Lauer. Hey Jo, wir sind hier gerade in einer Sitzung mit 14 Leuten. Guck dir das mal an. 14 Leute, richtig Hammer. Jetzt noch eine Wette auf dich. Auch noch eine Wette auf mich setzen. Okay, kannst du gerne machen. Sportbahn. Mit so vielen Leute habe ich noch nie gezockt. Nein, bin ich auch noch nicht, ganz ehrlich. Und das noch in GTA und das auch noch Autorennen oder was auch ist. Keine Ahnung, was machen wir jetzt einfach mal. Bereit zum Spielen. Ja, Landrennen. Landrennen. Oh ja, dann machen wir mal eine kleine Runde, würde ich sagen. Das ist jetzt schon Teil 2 mit Lauer 9. Schnell gewinnen. Ah, weg. Guck mal hier. Atomflunder ist auch dabei. Oh je, alles berühmte Namen. So, jetzt geht's los. Okay. So. Oh, da wurde die First... Ah doch. Man kann sogar in First Person wechseln. Ist ja nice. Jetzt gucken wir einfach mal, wie sich der Linky Gamescom pflegt. 4. 4. Ach du Scheiße. Oh Gott, da krieg ich ja noch eine Ampel auf dem Boot hier. Ah, das geht ja ab. Moin Moin. Moin Moin. Oh Gott, das wäre in First Person. Oh Gott, schnell rausmachen. Machst du Platz. Nein. Oh ne. Ich verliere. Wir sind einfach zu viele Leute. Ja, auf jeden Fall. Viel zu viele Leute. Und dann noch die Leute, die in First Person wechseln, machen Unfälle. Guck mal, so sieht das aus in First Person. Ihr wisst ja alle. Oh Gott, das will. Was machen die denn da? Laura, welcher Platz bist du? 12, du. Ich hab keine Ahnung. Wo steht das? Alter. Oh nein, jetzt hab ich den Platz verfehlt. 2 zusammengecrashed. Ich bin Platz 13. Nein. Nice. Nicht letzter. Gibt's denn noch einen, der schlechter ist? Aber viele Leute schon im Livestream. Gibt's das? Geht ja voll ab hier. Moin Moin. Ja, ich starte hier immer nebenbei im Livestream, weil das besser ist, wenn ich ein YouTube Video mache, ein Dual mache. Ist mir aufgefallen, dass das funktioniert. Nein, ich hatte gerade eine einkartiert. Dass die Stimme vom anderen auch im anderen Video... Alter, ihr wisst schon, was ich meine. Also auf jeden Fall, die Stimme von meinem Dual Partner geht nur in mein Video rein, wenn ich einen Livestream starte. Ist ein bisschen komisch, aber keine Ahnung. Ich bin jetzt in der zweiten Runde. Was? Ach du Scheiße. Kann ich ja auch eigentlich aussteigen? Geht das? Ja, aber elfter Platz. Hallo? Der erste. Ich will weiter. Keine Ahnung. Ich bin aber sowas von letzter. Ich würde einfach mal sagen, weil wir jetzt gerade so schlecht sind. Müssen wir mal durch die Gegend und manipulieren das Spiel. Welcher Platz? YouTube Gamescom Bestleistung 1,57. Ich bin hier gerade. Ich bin mega schlecht. Also ich war jetzt mal so einer Frau hinterher. Nie überfahren. Wenn das funktioniert. Ist da eine Frau am Steuer? Ist da eine Frau am Steuer? Ich bin immer eine Frau. Da ich sowieso keine Chance mehr habe. Komm her. Moin moin. Oh, was ist? Nitro. Was? Nitro. Platz. Nein. Ich will letztler. Wie Nitro. Ach, falsche Richtung. So wichtig ist das nicht. Also schaut gerne bei dem Video vom Jungzocker vorbei. Der macht. Jetzt immer noch. Neues. Lebt ihr noch? Ich hoffe, dass mich auch bald dazu kommt. Ja, dass wir auch sein YouTube Channel heißt. Pella, du. Oh, 10. Platz. Ja, man. Ja, ihr seht schon. Autorennen und YouTube Gamescom. Das ist nicht gut. Oh, ein paar Passanten haben wir überfahren. So. Weiß. Also, das war es jetzt mal vom Video. Und wenn es euch gefallen hat, nehm ich was gemacht. Ja. Doch, ich kann die Frau überfahren. Das ist so eine Scheiße. Also, YouTube Gamescom und Autofahren ist auf jeden Fall nicht gut. Laue. Laue grüßen euch Zuschauer. Ja. Okay. Haut rein und bis dann. Ciao. Euer YouTube Gamescom. Und euer Laura. Auf der Playstation 4. Genau. Moin Moin.